Hier sehen Sie den DTECK 150 Professional, das Detektionsgerät für millimetergenaue Ortung. Dank der leichten Handhabung und der verschiedenen Modi lässt sich der DTECK 150 Professional im Handumdrehen auf den entsprechenden Einsatz einstellen. Mittels der Ultrabreitband-Radarsensorik lassen sich unterschiedlichste Materialien präzise orten und das mit nur einem Gerät. So können Sie zum Beispiel Metall, Holz, elektrische Leitungen und auch Plastikrohre millimetergenau lokalisieren. Durch ein akustisches sowie optisches Signal werden die Objekte angezeigt und die entsprechende Bohrtiefe wird angegeben. Der DTECK 150 Professional detektiert jederzeit zuverlässig und das bis zu einer maximalen Tiefe von 15 cm. Die Zukunft der Ortungstechnik, Präzision auf höchstem Niveau, der DTECK 150 Professional. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.